Der Schiff kann man so, wie dieser Hammerkopf nach vorne geht, der staucht jetzt das Rapport zusammen, dann haben wir jetzt den Nasenkopf. Dann wird jetzt die ganze Hautfälle, die Flüge zu der Vorschufe eingehalten, in das Gelenk geht das herum. Sobald ich jetzt weiter filmen will, dann schickt der vor. Gleichzeitig ein bisschen steigen. Das ist schön. Und bitte noch mehr von oben. Normalerweise läuft diese Maschine mit 560 umdrehen und dann macht sie pro Stunde 33.600 Wegel und dafür braucht sie dann 5.040 Meter Grad. Aber im Endeffekt sind die Maschinen ja heute, das Prinzip ist ja immer noch. ... ... ...